Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier im Saarpark Center bei der Lifestyle Week. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die Herausforderung war, die haben noch nie gemodelt und zum ersten Mal auf 16 cm nicht zu stehen, sondern auch zu laufen und den richtigen Gang und dann auch diese Sicherheit auch zu geben, ich schaffe das und bis zur Fashion Show wird es klappen. Der Gewinner der Lifestyle Week 2016 ist... Ja! Ja!